hallo meine schmuckstücke ich begrüße euch am 18 zum auspack nein türchen öffnungs video von der lieben melanie und ja wir fangen wir immer mit der schrift rolle an wenn ich daran denke also bis jetzt habe ich ja toll 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 nachher immer daran gedacht so derjenige der die das pflaster reicht ist oft viel wichtiger als das pflaster selbst das ist der spruch des heutigen tages ja denkt man drüber nach vielen dank ist das jetzt hat ein bisschen hupst immer dann haben wir einen nikolaus nein ein weihnachtsmann das habe ich euch erzählt wie ich das sehe sind ja auch süße kollegen ja mal luscheln was wir dann da drin haben es tut mir leid da seid ihr jetzt gerade gegen gestoßen so wir haben wir fangen an mit moment mal bitte ich muss mal gucken skateboards steht hier skateboards ok lasse ich mir was einfallen skateboards mit augen also ich bin gerade nur verwundert und weil ich gerade momentan nicht weiß was damit anzufangen oder wofür das ist also das muss ja einem bestimmten zweck dienen aber das liebe melanie mit sicherheit freue ich mich schon drauf so und wir haben zwei bonzels yummy yummy und wir haben eine dose noch eine dose ich glaube ich habe schon eine bekommen und da haben wir drinnen schön solche solche anhänger ja einmal in blumen und einmal im herz vor das ist toll geht ja immer kann man immer gebrauchen da danke ich dir sehr meine liebe das ist toll und die dosen ja auch erstmal niedlich die werden auch aufgehoben oder danke ich dir sehr von herzen aber das geht so schnell ne das auspacken und das auspacken und es ist immer total platt das war schon der achtzehnte bleibt nicht mehr viel ich habe jetzt nur noch sechs tütchen pro person also zwei stück denn also zwölf insgesamt noch von beiden von meinen mädels ja ihr süßen wir sehen uns morgen bis denne tschüssi